So, weitere Skin in meinem Let's Play Hounding Ground. Im letzten Teil hat das Spiel total geleckt. Und ich hoffe, es hat jetzt auf. Also, das ist nicht echt total unspielbar hier. Ich weiß nicht, warum es leckt. Das ist das Problem. Ich hab mich alles beendet. Was irgendwie stören könnte. Nee, da unten müssen wir bestimmt nicht lang. Irgendwo hier gab es noch diesen Raum, wo ich weiterkomme gegen den Wasser. Und das war hier. Genau. So, jetzt sind wir da. Jetzt kommen wir hier durch, wo der ganze Boden sich versetzt hat. Und wir sind nun auf dem Friedhof. Und da ist sofort ein Nubilisant. Auf damit. Hey, was ist das? Aua. Total getroffen. Konkulation. Sieht wie ein Moseleum aus. Da stehen Worte geschrieben. Der tote Geist fleht um Leben. Kommt aus der Unterwelt zurückgekrochen. Ein Schlückchen des frischen Herzblutes. Wenn dein Durst gelöscht ist, kehre in die Dunkelheit zurück, aus der du gekommen bist. Es ist zu dunklen, um was sehen zu können. Es sieht aus, als könnte da hinten etwas sein. Deinen Blick auf die Belegel konzentrieren? Ja. Und es erscheint eine Hand. Diese Hand müssen wir was geben. Es scheint nicht zu gefährlich zu sein. Ich habe... Aber ich habe das Gefühl, als ob ich gerade mit den Fingern etwas stecke, wo ich nichts zu suchen habe. Ich könnte geradezu hineingesaugt werden. Es ist etwas, als ob es so etwas will. Ja. Und was geben wir einer verrückten Hand? Das sind Spuren. Als ob kürzlich hier etwas in Fetzen gerissen wurde. Es sieht ziemlich ausgetrocknet aus. Aber ich denke, das ist eine Art Pflanze. Wahrscheinlich so zu... Blablablabla. Okay. So, also wir haben jetzt genug Hinweise bekommen. Und zwar will diese Hand eine Pflanze haben. Und diese Pflanze dürfen wir natürlich suchen. Kannst du da durchgehen? Ja, kann er auch. In die Sand. Und die Sand. Luminisant. Oh, Luminisanten. Natürlich. Die Tür ist im Anzeln abgesperrt. Jetzt. Also ja. Boah, der ist hier noch Louisant. Voll reingerannt. Och, die verrückte Tutsch ist wieder da. Warum ist der Tussi? Nein. Oh nein. Oh mein Gott. So, versteck dich da unten. Fiona, beruhig dich. Beruhig dich, Fiona. Jetzt kann ich dich gar nicht steuern. Ach du Scheiße. Boah, ich hasse sie. Ich weiß, was du hasse. Die Frau ist voll... ...und bescheuert. ...und bescheuert. Was? Oh, Miss Fiona. Boah. Ja. Sie ist... Ich begegne dir viel öffener als die... ...als ich mit den Belitas begegnet bin. Ach du Scheiße. Boah Gott. Und wir können einfach nichts gegen sie tun. Das ist so kacke. Hund? Was wird uns im Hund passiert? Ich heil mich mal schnell. Ja, so ein brav ist er. Ja. Hammerhart die Frau. Oh meine Güte. Okay. Komm mit. Komm einfach. Irgendwo muss es noch einen Bereich geben, wo wir noch nicht waren. Ach du Schande. Ne, da waren wir jetzt schon. Oh mein Gott. Fußball ist zusammengebrochen. Aber ich bin hier buchstilig nur Sekunden vorher durchgegangen. Ja. Ja. Oh Mann. Oh nein. Oh nein. So, da bin ich wieder. Boah. Wo kann ich noch hingehen? Wo kann ich noch hingehen? Ich weiß es nicht. Nee, der hat er bestimmt nicht. Hund! Ich glaub, der hat Angst die ganze Zeit schon. Mist, weißt du was, ich geb's jetzt aus dem Essen. Gegenstände. Hm, Hund, da ist langsam und lange Zeit geräuschert, wohl, da ist jetzt keine Menge Lebenskraft aus Hundes. Wie viel Dörren haben wir eigentlich? Okay, komm, nur meins. Wuff. So, loben wir noch mal, noch mal. Gut, Jui! So. So, wir sind hier auch wieder oben, Gott sei Dank. Okay, ähm, wir speiern noch mal, yay. Okay. So, jetzt ist die Frage, wo muss ich jetzt lang? Oh Gott. Warum bringt uns noch gar nichts? Was ist unserem Hund los? Wie? 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 Sehr witzig, Euror. Ich kann als wäre hinten, um nach unten zu kommen. Ja, komm. Irgendwas haben wir gesehen. Bloß was. Das hier vielleicht? Ja. Hey, was ist das? Kammele. Ein Leichmann. Es gibt Spuren dafür, dass diese Person schwer misshandelt wurde. Der hängt etwas an seinem Hals. Nimm es. Dann schreit sie gleich wieder los, wahrscheinlich. Dass sie es einfach nur eklig findet. Gebt mir den Schlüssel. Ich habe mich jetzt gerade total erschrocken. Hilfe. ہ Super, 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 Fiona, 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 Fiona. Oh, Fiona. Ein Hebel. Ja, nee, ist klar. Überhaupt nicht riskant, sich da zu verstecken. Nein! Das ist ein Vogelkäfig. Es sieht zu groß aus, um ein Käfig für ein Vögel zu sein. Wo ist denn hier unser Hund? Und... Und... Die verrückte Toast ist wieder da. Die spinnt doch nur. Geh! Verflieg dich! Ja! Boah, die ist einfach nur bekloppt. Und die Tür ist hier zu. Yay! Bekloppt, ihr Frau. Einfach nur bekloppt. Wo ist denn unser Hund? Und die Leinen. Dann kannst du einfach nicht fragen, wenn die Tür zu ist. Hm. Bist du denn? Und... Bist du denn diese Tür? Ich hab ein ungutes Gefühl. Ja, ganz so brav bist du, ja. Shake! Good boy, ja. Ja. Shake! Danke! Good boy. So, wir spielen nochmal. So, äh... Wir sehen uns in dem nächsten Video, bis dahin. Tschaui! Wir sehen uns in dem nächsten Video. Wir sehen uns in dem nächsten Video. Wir sehen uns in dem nächsten Video. Wir sehen uns in den nächsten Video. Wir sehen uns in der nächsten Video.